Herzlich Willkommen zu Shortcuts, dem aktuellen Magazin auf FC-Energie-TV. Jede Woche das Neueste aus dem Energielager. Dimitra, besser hätte eigentlich der Einstieg in die Mannschaft in die Bundesliga für dich wieder nicht laufen können, wie am letzten Samstag. Rundum zufrieden? Ja, wir waren in der ganzen Mannschaft zufrieden nach diesem Sieg. Aber das ist hinter uns. Wir müssen nach vorne gucken, weil wir haben noch vier sehr, sehr wichtige Spiele für uns. Und wir brauchen maximale Punkte von diesen vier Spielen. Ryan Paschnica hat in der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, du wirst noch eine wichtige Rolle spielen in den letzten vier Spielen. Fühlst du dich selbst schon bereit dazu? Ja, ich bin noch nicht 100% fit, aber ich werde helfen mit dem, was ich kann. Ich werde 100% geben in den Spielen und was passiert, ist das. Sicherlich reicht es noch nicht für die Startformation, aber für Kurzeinsätze ganz bestimmt. Wann rechnest du denn, dass du wieder in der Startformation stehen kannst? So, ich hoffe, in den letzten zwei oder drei Spielen kann ich wieder in der ersten Elf sein, aber das kann nur Ryan Paschnica sagen. Ich werde ich mich jetzt verletzend. Das war es nicht so viel, was ich aber nicht so liebte, ist das. Ich werde mich jetzt aber mit dem ersten Elf sein. Ich werde mich jetzt eben auch mit dem Sternzen abonnier an, ich habe mich zu sagen, wie ich wieder rausge- manche, ich gebe mich zu sagen. Und ich habe mich jetzt hier amあ場 mit dem Tag.